hey leute hier ist sanagum mit pokémon blatt grün so bevor ihr euch aber auf den weg macht zum glückwerk wisst ihr wisst ja ich war ja letztens auch mal im glückwerk da brauchen wir wahrscheinlich steiner sage ich schon stärke und ähm wie hieß die andere attacke nochmal ach ja stärker gestärkt zertrümmer da mussten wir ja ja zertrümmer einsetzen deswegen habe ich ein pokémon von mir abgelegt und wieder rieren geholt oh man ich müsste doch einfach flüchten kürzlisch kürzlisch die kürzlisch ok die müssen reichen Glühberg, okay. Oh ne, ich hab keine Lust zu kämpfen. Okay. Angriffsplausse, okay. Oh shit, ich hab mich gesehen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020